Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Seite FreeBitcoin. Das ist ein Bitcoin-Vorset. Wer jetzt nicht genau weiß, was das ist oder was Bitcoin ist, kann sich gerne, es gibt genügend Videos auf YouTube, die das erklären. Also hier kann man alle Stunden ein Roulette sozusagen laufen lassen, zwischen 0 und 10.000 und je nachdem, was für eine Nummer man bekommt. So sieht dann auch der Preis aus. Meistens bekommt man nur die niedrigsten, also die 348 Bitcoins, weil das ist ziemlich schwierig. Ich habe, glaube ich, einmal den dritten Preis, also den 1, 2, 3, 4. Preis bekommen, die 34 Satoshi. Hier einfach das Capture ausfüllen. Ich muss leider noch 36 Minuten warten. Und ja, Capture ausfüllen und auf Claim eindrücken. Der Betrag hier ändert sich von Tag zu Tag, kann steigen oder fallen, je nachdem, wie Bitcoins gerade der Kurs ist. So, das Interessante an diesem Vorset ist eigentlich das Multiple BTC, das Spiel. Hier kann man auf High oder Low setzen. High bedeutet, also hier läuft wieder ein Roulette sozusagen von 0 bis 10.000. High bedeutet, dass die Zahl größer 5.250 ist und Low, dass die Zahl niedriger als 4.750 ist. So, hier hat man den, seinen Einsatz. Win Chance ist 47,50%, weil eben die Zahlen zwischen denen ist immer Verlust. Und hier sieht man das, die Austeilung. So, der Trick ist das jetzt, der sogenannte Roulette-Trick. Hier setzt man einen Betrag und man entweder auf High oder Low, ich mache es immer mit High, es ist genial. Auf High, so lange bis man einmal verliert, so, jetzt habe ich verloren und dann verdoppelt man den Betrag. Also auf 8. So, jetzt habe ich 8 gewonnen, die 4 habe ich verloren, das nächste Mal habe ich verdoppelt auf 8 und habe im Prinzip wieder 4 verloren. Jetzt ist es wichtig, dass man wieder auf den Grundeinsatz zurückspringt. Das heißt, wieder auf 4 und dann das Spiel wieder von vorne macht. Das heißt, so lange bis man verliert, so, verloren, verdoppeln auf 8, gewonnen. Wieder zurück auf 4. So lange bis ich verliere, verloren, verdoppeln auf 8, wieder gewonnen. Verdoppeln auf 8, gewonnen. Vielleicht geht es ein bisschen öfters. Verloren, verdoppeln auf 8, ok. Wieder gewonnen gleich, verdoppeln auf 8, verloren. Jetzt verdoppeln auf 16, verloren, verdoppeln auf 32, verloren, verdoppeln auf 64, verloren, verdoppeln auf 128. So, jetzt habe ich, hier sieht man schön die Statistik. 124 habe ich gesetzt und Profit ist im Prinzip 128. Jetzt ist es eben wichtig, wieder auf die 4 zurückzusetzen, da sonst ziemlich einfach alle deine Satoshi verloren gehen. Es ist bei mir schon oft passiert, ich habe, glaube ich, schon 50 Euro verspielt, deswegen mache ich es jetzt eigentlich nicht mehr. Ich war einfach zu gierig und habe zu viel gesetzt. Und es ist einfach wichtig, immer bei seinem Grundbetrag zu bleiben, außer man hat natürlich mehr Satoshi schon gesammelt. Kann man auch steigern auf 10 oder später auch auf höher noch gehen. Hier, 20, 40, wieder 10, jetzt habe ich 10 Satoshi gewonnen. Wieder zurück, 10, 10, wieder 10 gewonnen. So, ja, also wie gesagt, nicht übertreiben. Ich habe, glaube ich, schon bis zu 15 Mal hintereinander verloren und da sind meine Satoshi dann eben schon verloren gegangen. Also nicht übertreiben und nicht zu gierig sein. Ja, natürlich gibt es auch ein Referral-System. Ich habe nur zwei, würde mich freuen, wenn ihr natürlich meinen Link in der Videobeschreibung verwendet. Und es gibt auch noch die Lotterie, der kann man entweder hier beim Spiel oder beim Rollen gratis Tickets gewinnen. Steht hier, für alle 6.500 Satoshi, die man gewinnt, bekommt man ein Ticket. Und da kann man dann eben die Preise hier gewinnen. Und ja, es ist Chancen zwar ziemlich gering, wenn man wenig Tickets hat, von 12 Millionen bis 75. 0,0, wenn man mehr spielt, dann erhöht sich das natürlich. Und ja, kaufen kann man sich natürlich auch. Ja, das war es eigentlich schon. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Link verwendet. Ihr habt natürlich keinen Nachteil. Ich kann sogar mit meinen Referrals einen Mount sharen, also euch was zurückgeben, wenn ich ein paar Referrals bekomme. Ja, so, das war es eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.